Wie heißt du? Martin. Martin, kommen wir rüber zu Karo und wir nehmen einen Song, den wir ja noch gar nicht gehört haben in dieser Gamescom-Woche, Mann, Mann, Mann. Es gibt euch, ich muss einmal Geheimnis verraten, ich mache das jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren für Ubisoft, die Gamescom. Und wir zeigen euch jedes Jahr ein neues Just Dance, diese Lieder landen bei mir auf der ewigen Blacklist, weil ich sie 5 Tage hintereinander höre, im Stundentakt quasi. Aber ihr sollt natürlich euch davon nicht trüben lassen. Viel Spaß mit Just Dance hier und Reflecting. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.